Ja, jetzt sehen wir, dass es hier diesen Klebstoff gibt. Das ist ein Spezialklebstoff. Die Flasche lässt sich im Augenblick noch nicht so leicht öffnen, obwohl wir vor der Sendung das Ganze probiert haben. Jetzt scheint es so zu sein, als ob Herr Dr. Kehricht, dessen Jahresgehalt bei 185.000 Euro liegt, in der Lage ist, diese kleine Flasche, diese Tinktur zu öffnen. Wir werden nachher sehen, das werden wir gemeinsam anschauen, an dem Verschlusskäppchen oben befindet sich so ein Stift. An der Verlängerung ist dann ein Pinsel und Herr Dr. Kehricht trägt jetzt diesen Klebstoff, der den Fußnagel versiegeln soll, damit also von außen, falls man mal im Schwimmbad ist, keine weiteren Pilzsporen eindringen können, geschützt wird. Verehrte Zuschauer, Sie sehen einen Beitrag der PTV. Personalberatung Team Verreckt. Dieses Prozedere ist absolut erforderlich. Sie dürfen also nicht nur den Nagel einfach feilen, in der Hoffnung, dass nun die Sporen alle verschwunden sind und der Nagel automatisch einem Heilungsprozess unterworfen wird, sondern ganz wichtig ist, dass dieser Klebstoff immer wieder danach aufgetragen wird. Sie dürfen auch nicht zu viel Zeit verstreichen lassen zwischen dem Abfeilen des Nagels und dem Auftragen dieses Klebstoffs. Es bietet sich an, ja jetzt zeigt uns Herr Dr. Kehricht noch einmal, dass später natürlich dann dieses kleine Fläschchen auch verschlossen werden muss.